Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LEGO Star Wars Folge 10. Episode 2 Angriff der Klunkrieger Kapitel 4 Jedi Schlacht Beim Versuch Obi-Wan Kenobi von Genosse zu befreien, werden Anakin Skywalker und Padme Amigala von Yango Fett in Japan genommen. Obi-Wan hat ein Notsignal an den EDI-Rat geschickt, doch die Lage scheint hoffnungslos zu sein, zumal Count Dooku, der Führer der Silberatisten, die hinrichtung unserer Freunde, persönlich überwacht. Hmm. Maske? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.